Jetzt wenn ich morgen, ja, da kann ich ja den Süden nicht einbauen, ne? Ne. Da spiele ich der Segen, Kimmich, Günder, Wüdiger, Henricks. Wie Kimmich? Kimmich, rechter Verteidiger. Okay. Kimmich ist der Erste und dann kommt Günder, dann kommt Wüdiger und dann kommt Henricks. Nicht groß und so gerade auch. Ja. Normalerweise habe ich auch den, äh, den, äh, den Alstenberg damals. Ja, okay. Dann auf der sechsten Emre Can, auf der acht Günder, auf der zehn Mustialer, auf der sieben in der Halbposition. Nicht draußen an der Linie, weil da soll der Kimmich kommen, würde der Arbeit spielen. Und halb links entweder Wüdiger oder Sande, auch nicht ganz draußen, weil da kann ja auch der Henricks kommen. Und vorne füllen.